Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Gar nichts, Superman. Ich erledige das. Schnell, Ronald. Den grünen Kryptonit seiner Energiequelle kannst du durch deine Kräfte in Blei wandeln. Hoho, hatte ich längst vorbraucht. Sollte es wirklich der zornsteigernde rote Kryptonit werden? Ein Versehen. Tut mir echt schlimm leid. Ich wollte eigentlich das. Wo bin ich? Wer bin ich? Au, wieso schlägt er mich? Oh, dein Plan war die Wandlung in Amnesie verursachendes Gold-Kryptonit? Ganz ehrlich? Ich erinnere mich nicht so an die Zusammensetzung von grünem Kryptonit. Und wenn ich die nicht weiß, kann ich es auch nicht umwandeln. Hatten wir gerade erst durchgenommen. Auch ganz ehrlich, der Vortrag war sehr langweilig. Mit Betonung auf lang. Jetzt ist es Persönlichkeitsspalten der schwarzer Kryptonit. Vielleicht lieber so? Das kann ich handeln. Ja, ich weiß es wieder. Du erinnerst dich an die chemische Formel? Nee, wo ich sie hingeschrieben habe. Okay, lesen. Na klar! Gute Arbeit, Firestorm. Aber eins noch, ja? Erzähl Batman nichts davon. Hey, spinnst du? Würde ich nie tun. Und weg. Oh, sag mal, was war das? Und lächeln, du Bat-Pfosten. Du bist schnell, Batman. Das muss ich dir lassen. Und du hast den Überraschungseffekt verspielt, Deadshot. Damit hatte ich gerechnet, Bat. Darum trage ich immer die hier. Ja, damit hatte ich gerechnet. Und deswegen habe ich ihn hier. Deadshot wurde von jemandem engagiert, der was Großes vorhat. Aber um zu wissen, was, müssen wir wissen, wer. Was? Auch gar nichts. Es ist nur, immer bist du der Bat-Cop. Und ich dachte, dieses Mal kriege ich den Part. Na schön, Deadshot. Wir wollen den Namen und wir wollen ihn sofort hören. Hä? Hoppla. Etwas zu kräftig. Entschuldige, Batman. Ich, ähm, ich meine, das ist nichts im Vergleich zu dem, was ich mit dir mache, Deadshot, wenn ich jetzt nicht krieg, was ich will. Na los! Und was? Nimm dich lieber zusammen bei meinem Partner hier. Der kann bei jeder Kleinigkeit explodieren. Superman! Reden wir hier eigentlich von derselben Type? Geh doch mal kurz raus, Batman. Ich würde mich gern privat mit Deadshot unterhalten. Wollen wir nicht etwas Licht in die Sache bringen? Äh, oh, Entschuldigung. Zu hell? Ich meine, das ist nichts im Vergleich zu meinem Hitzeblick, der echt alles Mögliche kaputt macht. Also, rede! Soll das eine Comedy werden? Kaffee? Mach doch nicht sowas! Ich dachte, du möchtest einen Kaffee. Erst gut. Wieso präsentierst du deine Beißer so? Was soll das werden? Du wirst den Kaffee brauchen, wenn ich mit dir fertig bin. Donut. Ach, lass mich bloß in Ruhe. Ist da Gift drin? Schokolade. Mh. Okay, ich Rita, ich sag euch alles. Aber schafft den raus hier! Aha! Superman hat den Widerstand geschrottet von Deadshot. Äh, Deadshot. Ich kenn den Namen. Ach, du kennst doch Kel. Er kann einfach wirklich alles, oder? Ja. Ja, ich kann auch ein paar Sachen ganz gut. Hast du's also tatsächlich geschafft, den Ort zu finden? Nicht schlecht für so ein super Erbsenhirn. Die Nachricht ist angekommen, Luther. Wo ist diese Brigreire, die du entführt hast? Das soll ich dir erzählen, wieso? Komm schon, Lex. Wir vergeuden nur Zeit. Passt schon, dass der Mann aus Stahl bestens Strom leiten kann. Ich bin nicht wegen deiner schlechten Witze hier. Wo ist dieses arme Mädchen? Zwing mich. Wenn es sein muss. Schluss mit den Spielereien, Lex. Wo ist sie? Sie ist da. Voila. Eine Falle. Eine Falle. Ich werde es dir zeigen, diese Idee ist ein Homerun. Ich ahnte was, als es hieß, du hättest Brigreire entführt. Denn beides sind Namen für Käse. Und Käse ist Köder für eine Falle. Das wusste ich. Und hatte nur dafür zu sorgen, dass du hier stehst. Und dass du redest, bis es runterfällt, war klar. Kenne deinen Feind. Wie hat sie das rausgekriegt? Sie ist Reporterin. Instinkt. Oder eher deine jämmerliche Verkleidung. Ich mein, das ist ja nur ne Brille. Noch kann ich dich fallen lassen. Mann, hast du breite Schultern. Und ein bisschen aufhübschen soll ich die Sachen wirklich nicht? Halte ich einfach an den Plan. Hallo, guten Tag auch. Ich bin Clark Kent. Der einzig Wahre. Du versuchst immer noch die Wahrheit zu verheimlichen, huh, Smallville? Komm mit. Ich hab einige Fragen. Ganz im Ernst. Frag mich, was du willst. Hey, wieso sind wir hier? Ganz einfach. Du bist schließlich Superman. Lois! Bitte etwas vorsichtiger, Miss Lane. Sehe ich das richtig? Clark ist nicht Superman? Ich, äh... Oh ja, mein Großer, das ist die Strahlung der roten Sonne. Mach dich wie alle anderen. Gewöhnlich. Was wird das hier, Luthor? In der kleinen Lobeshymne auf diesen Mann aus Stahl standen ein paar Dinge über mich. Und ich mag das nicht so hochhängen und von ehrverletzend reden, aber ich will eine Gegendarstellung. Na schön, Luthor. Aber wo ich jetzt so drüber nachdenke, Superman fertig zu machen ist auch nicht schlecht, eigentlich. Mh... Wow! Oh! Die Strahlung der roten Sonne hat mich schwer erwischt. Du musst übernehmen. Das klingt nach einem Job für Superman! So kling ich aber nicht. Äh, Lex. Also, äh, Mr. Luthor, Sir... Luthor! So sieht Gerechtigkeit a la Justice League aus. War das Superman-mäßig genug? Und genau deswegen bin ich das größte Verbrecher-Genie von... Ja, toller Plan. Du lenkst ihn ab und ich suche den Ausschalter. Ein echtes Team. Nicht wahr, Superman? Du äh, этот Schwerer-Genie von Schwerer-Eich. Du lenkst ihn ab und ich schweißt. Wie blöd ist, denn da? Ja, das ist ja noch. Du lenkst ihn ab und ich Sie ebenen soweil. Untertitelung des ZDF, 2020